Eine Busfahrt in Brasilien endet für die Passagiere mit mehr als nur einem Riesenschreck. Als der Linienbus nach einem Halt wieder beschleunigen will, reißt die Verbindung auseinander. Zum Glück gab es bei diesem Vorfall keine Verletzten. Jedoch hat der Linienbus die vorläufige Endstation erreicht. Wenn dir unsere Videos gefallen und du nichts mehr verpassen möchtest, klicke doch einfach auf den Abonnierbutton und aktiviere die Glocke unter dem Video.